Oh, hi. Du bist ja schon da, pinklich wie die Einzeige, my lovely. So schön, dass du da bist. It's me. Miss. Du kommst genau richtig zu deinem Termin, zu deiner Cranial Nerve Eczema. Wann hattest du eigentlich deine letzte Ganzkörperuntersuchung? Bisschen her. Gut, dass du da bist. Also ich werde heute mal alles checken. Keine Sorge, das wird nicht wehtum. Es wird hoffentlich mega entspannt sein für dich und vielleicht sogar auch ein bisschen Spaß machen. Ähm, was hab ich denn heute schönes für dich schon geplant? Was hab ich schon mit dir geplant? Ein Augentest, ein Ohrentest, Sensorik, Motorik, alles wird getestet. Ähm, aber du kannst mir erst mal sagen, wie fühlst du dich heute? So, allgemein heute, wie war so dein Tag, Skala 1 bis 10? Okay. Und insgesamt so die letzten Tage im Vergleich zu heute besser oder schlechter? Wie geht's dir heute im Vergleich zu den letzten Tagen? Okay. Sehr gut. Perfekt, dann können wir jetzt starten. Ich werde erst mal meine Hände desinfizieren. Möchtest du auch ein bisschen? Soll ich dir was auf die Hand sprühen? Kannst du mal gerne deine Hand einmal aufhalten. Ja, sag mal, links. Und rechts. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Du kannst es dir jetzt so richtig gemütlich und bequem machen. Ich werde mich um dich kümmern. Und ich freue mich, ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen jetzt. Ich ziehe mir erst mal an Schuhe an. Nicht wundern. Ich habe nur zwei unterschiedliche Farben. Direkt die erste Frage. Welche Farbe? Blau. Das ist ja rosa. Sehr gut. Perfekt. Hast du dich schön eingekuschelt? Liegst du bequem? Okay. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. Okay. Starten wir mal mit der ersten Übung. Mit dem ersten kleinen Test. Ich habe hier diese Lampe. Ich habe hier diese Lampe. Und ich werde einmal ganz kurz in deine Augen reinleuchten und schaue, ob sich deine Puppeln verändern von der Größe her. Ob die auf das Licht reagieren. Okay? Okay. Schau mich einfach mal an. Fokussier dich auf meine Nase. Okay. Und der andere Seite. Ja. Hier. 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 Jetzt deine Puppeln. Hier sind so. Die Puppeln. Ja, im normalen Bereich, sehr gut. Ich schreib das mal. Ich notier das mal ganz, ganz. Okay, perfekt. Jetzt machen wir einen kleinen Augencheck. Okay, ich werde dir gleich Zeilen zeigen, die du mir vorlesen sollst. Aber erst mal hältst du ein Auge zu. Und zwar starten wir mit der linken Seite. Hält gerne mal dein Auge so zu. Okay, und ich starte mit dieser Seite. Kannst du mir den Buchstaben sagen? Sehr gut. Und der hier? Sehr gut. Und halt dein Auge weiter geschlossen. Einmal die Zeile. Okay. O, ja. Und dann L. Und das hier C. Und das hier F. Richtig. Und jetzt wechselst du einmal das Auge und hältst die rechte Seite zu. Dein rechtes Auge. Einmal so zu halten. Ja. Und ich zeige dir wieder eine Zeile. Einmal diese Zeile hier. Ja. Ja. Und das A. J. Und das B. Und das S. Sehr gut. Okay, wir machen es mal ein bisschen schwieriger. Kannst du mir diese Zeile auch vorlesen? Von links nach rechts. Wobei dein rechtes Auge geschlossen ist. L. Ja. Und das S. Das sind D. D. F. B. H. Sehr gut. Richtig gut. Und jetzt kannst du beide Augen öffnen. Und du kannst mir gerne einmal zeigen, welche Farbe das hier ist. Ja. Ja. Rund. Und erkennst du diese Farbe? Ja. Was ist das? Grün. Sehr gut. Perfekt. Und jetzt hält dein Kopf gerade. Fokussiere dich auf meine Nase. Und folge meinem Finger und sag mir, ja, sobald du ihn nicht mehr sehen kannst, okay? Okay. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Andere Seite. Folge meinem Finger und sag mir, wenn du ihn nicht mehr sehen kannst, ohne den Kopf zu bewegen, okay? Okay. Sehr gut. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Noch mal die Seite. Ja. Sehr gut. Perfekt. Linke Seite, rechte Seite. und grünen Blindspot. Alles Tippi Toppi. Alles Tippi Toppi. Ich werde dir jetzt einen Handschuh anziehen mit fünf unterschiedlichen Farben. Und du sagst mir, welche Farbe du sehen kannst, okay? Ich werde dir den Finger nennen und du nennst mir die Farbe, okay? Okay. Schau dir das erstmal in Ruhe an. Starten wir mit dem kleinen Finger. Welche Farbe hat der kleine Finger? Rot. Sehr gut. Welche Farbe hat der Daumen? Grün. Sehr gut. Und welche Farbe hat der Zeigefinger? Blau. Richtig. Und wir machen weiter mit dem Mittelfinger. Erkennst du auch den Mittelfinger? Der ist ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht erkennst du das ein bisschen. Orange. Sehr gut. Und jetzt der letzte Finger. Welcher Finger fehlt? Der Ringfinger. Genau. Welche Farbe hat der? Was würdest du sagen? Ja, so weiß, ne? Ja. Richtig. Sehr gut. Perfekt. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Ohrentest. Du kannst dabei auch gerne die Augen schließen. Und ich werde jetzt an deinem linken Ohr und an deinem rechten Ohr Geräusche machen. Und du sagst mir jeweils, auf welcher Seite du etwas hören kannst. Okay? Wir starten mit einer Seite. Und kannst du ein Geräusch auf einer Seite wahrnehmen? Okay. Auf welcher Seite hörst du was? Ja, auf dieser Seite links. Sehr gut. Was findest du, was das ist für ein Geräusch? Hast du schon mal sowas gehört? Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ja, was mit Wasser und so Kugeln. Richtig. Ich zeig's dir, okay? Ein vierter Toy. Ein gefüllter Delfin mit Orbeez. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Auf welcher Seite nimmst du das Geräusch wahr? Wieder auf der linken Seite. Sehr gut. Und jetzt? Ja, auf der rechten Seite. Sehr gut. Was soll eine Idee, was das sein könnte? Kennst du das Geräusch? Hast du schon mal irgendwo gehört? Sag mal, was du glaubst. Ich zeig's dir. Ja, richtig. Faceclubs. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles richtig. Ich werde dir jetzt Wörter, drei Wörter ins Ohr flistern. Und du merkst dir die drei Wörter und sagst mir die anschließend, okay? Bis zum nächsten Mal. Schokolade. Chocolade. Schokolade Schokolade Rainbow Schokolade Sport Kanona Sport Kanona Rainbow Sport Kanona Schokolade Schwarzkanone Regenbogen Okay, ich bin gespannt, welche drei Wörter du gehört hast. Magst du mir die einmal einzeln sagen? Gerne in der Reihenfolge, wie du sie gehört hast. Regenbogen Schokolade Und das dritte Schwarzkanone Sehr gut Und ich werde jetzt einmal diese Stimmkabel benutzen Und du sagst mir Bis wann du ein Geräusch hören kannst Bis wann du das Geräusch hörst Sobald du es nicht mehr hörst Sagst du Stopp, okay? Nicht mehr? Okay, sehr gut Noch einmal Mal Hast du es noch? Ja Jetzt nicht mehr Sehr gut Perfekt Jetzt werde ich einmal deine Sensorik Sensorik testen Kannst du mich einmal ankehnen? Schenk mir ankehner so Scheint zu funktionieren Bist du schon ein bisschen müde? Geht? Schon? Okay Okay, sehr gut Dann werde ich jetzt mal mit einem Gute mit einem Gute über dein Gesicht gehen und du wirst mir sagen an welcher Stelle an welcher Stelle an welcher Stelle ich dein Gesicht berühre und mit diesem Wattestäbchen werde ich jetzt so vorsichtig auf dein Gesicht topfen und du sagst mir dann wo ich dich berühre zum Beispiel Stirn Nase Kinn Okay? Sehr gut Ich starte sehr gut sehr gut sehr gut Ja, deine Wange, ich denke. Perfekt, sehr gut. Kommen wir nun zu deiner Nase. Wie gut kannst du riechen? Und dann machen wir noch einen Geschmackstest. Nummer 1 Nummer 2 Okay, ich topf jetzt einmal ganz vorsichtig hier rein. Nummer 2 Okay. Ich halte dir den Duft jetzt unter die Nase und du sagst mir, wann das riecht, okay? Ja, fruchtig, sehr gut. Ja, ein bisschen sauer. Du bist sehr, sehr auf einem sehr guten Weg. Zitrone, sehr gut. Dann machen wir jetzt direkt den Geschmackstest. Streck mal deine Zunge aus und ich topf einmal drauf, okay? Immer so. Ja. Und, wie schmeckt Zitrone? Sauer. Sehr gut. Und bevor wir jetzt zu dem zweiten Geruch kommen, werde ich erstmal deine Nase neutralisieren. Das ist ein Butterbett, gefüllt mit Kaffeebohnen. Und Kaffeebohnen neutralisieren den Geruch wieder ein bisschen, damit du deine Nase wieder auf den nächsten Geruch vorbereiten kannst. Ich halte dir das mal an die Nase. Dann kannst du zwei-, dreimal tief ein- und ausatmen. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Machen wir jetzt weiter mit dem zweiten. Hier ist der zweite Duft. Nimm mal einen festen Zug und sag mir, was du riechst. Ja, das ist frisch. Genau. Ganz frisch. Riecht nach einem Kaugummi. Okay. Das essen Koalas auch, ne? Ja. Eucatectus. Pfefferminz. Ja. Sehr gut. Richtig gut. Machen wir hier auch einen Geschmackstest. Einmal Zunge raus. Und wie schmeckt das? Ein bisschen frisch und ein bisschen scharf. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Hast du richtig gut gemacht. Ich trage das mal eben ein. Also wir hören den Geruchstest. Dann geht's wieder drauf. Pfefferminz. Dann hat schon den Tastes nett. Sauer und ein bisschen scharf. Dann kommen wir jetzt schon zu dem letzten. Zu dem letzten Punkt. Du kannst einmal deine Augen schließen, tief ein- und ausatmen. Und jetzt geht es um deine Bewegung. Du kannst mir gerne einmal nachmachen. Und zwar bewegst du einmal deinen Kopf von links nach rechts. Okay. Ganz langsam. Erst nach rechts. Einmal so. Und dein Oberkörper bleibt gerade. Also noch einmal nach da hinschauen. Dann kann ich mir das anschauen. Wie gut du das machst. Und jetzt einmal nach links. Sehr gut. Und jetzt. Heb mal deine Schultern so hoch wie es geht. So richtig hoch. Ja. Sehr gut. Und jetzt. So richtig tief. Deine Schulter fallen lassen. Ja. Sehr gut. Du kannst auch einmal so eine kreisende Bewegung machen. Das tut auch immer richtig gut, ne? Perfekt. Sehr gut. Perfekt. Wir haben alles geschafft. Du hast alles geschafft. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Fass gut auf dich auf. Und ich wünsche dir süße Träume. Und ich freue mich schon, wenn wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Und ihr military denkt. Ich wünsche dir das. Sehr gut. Und ich würde mich einmal so beklicken. Und ich würde mich einfach zu kommen. Und ich freue mich einfach. Und ich würde mich einfach nur auf euch machen. Und ich würde mich freuen.